Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Time for Crime und einen schönen Freitag wünsche ich euch, einen schönen Start ins Wochenende. Heute habe ich wieder zwei Fälle für euch mit am Start und im ersten Fall geht es um Eveline Höbler. Eveline Höbler Es ist 1986 und Eveline Höbler ist 24 Jahre alt. Sie lebt in einer Wohnung allein in der Stifterstraße 16 in Weizhöchheim und das ist eine Gemeinde im unterfränkischen Landkreis Würzburg und liegt am Main. Eveline arbeitet in einer Schokoladenfabrik und sie war wirklich sehr beliebt dort. Sie traf sich gerne mit Freunden und war immer für diese da. Sie war zuverlässig und verantwortungsbewusst und eine fröhliche und offene junge Frau. Es war Donnerstag, der 24. Januar 1986. Eveline traf sich mit einer Freundin im Bavaria Kino in Würzburg. Sie schauten sich einen Actionfilm an. Circa 20 Uhr trennten sich die beiden dann am Würzburger Hauptbahnhof. Eveline stieg ungefähr um 20.40 Uhr in den 19er-Bus zuerst nach Weizhöchheim über die Balthasar-Neumann-Kaserne über Maintal nach Gütersleben. Sie kam aber nie zu Hause an. Freitag, der 25. Januar 1986. Eveline Höbler sollte eigentlich an diesem Tag in der Schokoladenfabrik arbeiten, erschien aber nicht. So richtig wurde sie aber nicht vermisst, da ihre Kollegen dachten, sie wäre vielleicht beim Zahnarzt, da sie in der letzten Zeit über Zahnschmerzen klagte. Nun einmal zu dieser Balthasar-Neumann-Kaserne. Diese liegt zwischen dem Gewerbegebiet und dem Waldrand. Nur Ortskundige kennen es dort. Denn an diesem Tag wird nämlich an diesem Kasernenzaun die Leiche von Eveline gefunden. Gegen 16.45 Uhr findet ein Spaziergänger mit Hund ihre Leiche. Die Polizei sperrte sofort alles ab und es war klar, dass sie ermordet wurde. Aber die Frage ist, von wem natürlich? Sie wurde in die Gerichtsmedizin verbracht. Dann wurden natürlich Überprüfungen von Vermisstenfällen gemacht und da wurde dann festgestellt, dass es Eveline Höbler ist, die dort gefunden wurde. Die Rechtsmedizin hat natürlich sofort gesagt, dass es zu einer Tötung kam durch Fremdverschulden. Denn es gab mehrere tödliche Stichwunden und ein Sexualdelikt wurde aber ausgeschlossen. Sie war ordentlich und voll bekleidet. Man stellte fest, dass Eveline ihren Anorak und ihr Sweatshirt ausgezogen hatte bei diesem Angriff. Und der Täter versuchte sie zu ersticken und hat dann ihr 30 Stiche in den Rücken zugefügt. Dann musste der Täter dem Opfer, dessen Sweatshirt übergestreift und den dunkelblauen Steppanorak wieder angezogen haben, laut der Gerichtsmedizin bzw. so wie sie angezogen war. Ein Rätsel war auch, wo Eveline Höbler hinging, als sie den Bus verließ. Denn sie war ja in diesem Bus und sie muss noch in ihrer Wohnung gewesen sein, was auch wirklich sehr kurios ist, da sie sich umgezogen hatte. Das heißt, sie hatte, als sie gefunden wurde, ganz andere Sachen an, als sie sich mit ihrer Freundin getroffen hatte zu diesem Zeitpunkt. Sie ließ ihre Geldbörse und ihre Handtasche in ihrer Wohnung zurück. Ich meine, ganz ehrlich, ich sage jetzt mal, wir Frauen kennen das. Wann lassen wir unsere Handtasche bzw. das Portemonnaie in der Wohnung liegen und verlassen die Wohnung? Ja, eigentlich nur, wenn wir den Müll rausbringen, wenn wir vielleicht denken, ja, keine Ahnung, wir sind gleich wieder da. Aber nicht, wenn wir irgendwas vorhaben, dann ist unsere Handtasche doch immer dabei, oder? Ja, der Fundort sollte wohl nicht der Tatort sein, so die Kripo. Ja, vieles spricht dafür, dass Evelin sich arglos in einer Situation befand, in der sie nicht mit einem Angriff rechnete. Und es fehlten auch Gegenstände aus ihrem Besitz, und zwar der Wohnungs- und der Briefkastenschlüssel fehlten, die in einem weinroten Mäppchen waren. Die Polizei fand heraus, dass Evelin sich einen Tag zuvor, am 23. Januar 86, mit einem jungen Mann auf dem Ulsamer Einkaufsmarkt unterhalten hatte. Wer war dieser Mann? Kannte sie ihn von irgendwoher? War es eine Zufallsbegegnung und die beiden kamen einfach so ins Gespräch? Das ist halt jetzt, steht so im Raum. Evelin war auf der Suche nach einer neuen Wohnung, das kam dann auch noch zur Sprache. Könnte eventuell jemand gewesen sein, der ihr eine neue Wohnung verschaffen wollte? Man weiß es halt, bis heute nicht. Eine Belohnung wurde ausgelobt von 4000 D-Mark damals. Und bis heute ist dieser Fall ungelöst. Es ist kein Täter gefunden worden und es ist schon wieder so ein Fall, wo man einfach denkt, man hat, man will einen schönen Abend verleben. Man geht mit einer Freundin ins Kino, man verabschiedet sich, man fährt auch sogar noch nach Hause. Man zieht sich um, man will sich vielleicht mit jemandem treffen. Kurioserweise, warum auch immer, vergisst man die Handtasche, lässt die Handtasche zu Hause, lässt das Portemonnaie zu Hause. Warum? 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 Ich verstehe es einfach nicht. Und dann wird man ermordet. Ja, schreibt mir doch gerne bitte eure Meinung zu diesem Fall. Also bin ich sehr gespannt, was ihr zu diesem Fall sagt. Vielleicht kennt ihr ihn ja schon. Denkt dran auf Instagram, time-forcrime. Da schreibt ihr mir gerne einmal und wie ich schon gesagt habe, auch gerne Sprachnachrichten. Das wäre sehr cool. Ja, mehr habe ich leider zu diesem ersten Fall nicht. Jetzt kommen wir aber zum zweiten Fall und das ist der Fall von Angelika Steutle. Angelika Steutle war 17 Jahre alt und am 15. April 86, also wir bleiben im selben Jahr, findet dann ein Spaziergänger die Leiche von Angelika in einem Waldstück. Ihre Kleidungsstücke lagen neben ihr verstreut. Sie wurde missbraucht und in der Zeit zwischen 23.30 Uhr und 3 Uhr mit drei Messerstichen ermordet. Am Fundort haben Ermittler dann eine Visitenkarte vorgefunden eines Mannes und auch unbekannte DNA-Spuren. Angelika war als Tramperin unterwegs und zwar von Ahlen nach Kalf. Sie wollte zu ihrem Ex-Freund und wollte mit ihm noch einmal sprechen, um die Beziehung zu retten. Eine Freundin meldete sie dann als vermisst, da sie sich halt Sorgen um Angelika machte. Natürlich wurde Angelika von verschiedenen Autofahrern mitgenommen und zwar über Essingen, Schwäbisch-Gemünd, Schorndorf, Fellbach und Bad Cannstatt nach Ludwigsburg. Dort wurde sie dann zuletzt gesehen und als sie nämlich in einen Mercedes stieg. Anhaltspunkt, die Visitenkarte brachte leider keinen Erfolg, denn diese Visitenkarte gehörte dem Mann, der Angelika von Ahlen nach Esslingen mitnahm. Der hatte wirklich wohl nichts, aber auch gar nichts damit zu tun, weil, ja wie gesagt, er hat sie nur bis Esslingen mitgenommen und das Ganze ist ja erst dann zum späteren Zeitpunkt passiert. Und da hatte er ja schon ein Alibi. Dann wurde der Mercedes-Halter überprüft und da ergab sich dann auch, oder viele Mercedes-Halter, und da ergab sich dann auch nichts weiter draus. Dann gab es die Belohnung von 1.500 Euro und, ja, was soll ich euch sagen, dieser Fall ist auch, wie der erste Fall, leider bis heute noch ungelöst. Beide Fälle 1986, DNA-Spur vorhanden, aber bis heute nicht gelöst. Sehr schade. Ich hoffe, man bleibt am Ball. Es kann trotzdem immer noch sein, dass diese gewisse DNA-Spur auftaucht. Irgendwo anders. Ja, das heißt abwarten, das heißt hoffen und das heißt aber auch immer mal wieder abgleichen mit der DNA-Datenbank. Auf jeden Fall. Ja, Leute, ich hoffe, die beiden Fälle waren interessant für euch heute. Dann entlasse ich euch in ein hoffentlich angenehmes Wochenende. Und, ja, ansonsten über Instagram, time-for-crime, ich sag's nochmal, könnt ihr mir gerne schreiben. Auch auf dem Zweitkanal mit Denise zusammen. Da sind wir bei crime-for-life. Auch für euch da. Einmal die Woche, jeden Samstag bekommt ihr da nochmal eine Folge von uns. Und dann habt ihr sozusagen vier Folgen. Also ich hoffe, dass euch das genügt und dass ihr euch freut, wenn wieder eine neue Folge kommt. Und also wir hoffen, oder in dem Fall ich, hoffe natürlich auf ein Feedback von eurer Seite, dass wir uns ein bisschen austauschen über die Fälle. Und dann würde ich einfach sagen, habt ein schönes Wochenende. Wir hören uns natürlich am Montag wieder. Und bis dahin, bleibt gesund, passt auf euch auf. Ciao! Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020